Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns um ein besonderes Schlüsselwort kümmern und zwar, das macht uns das Leben nochmal ein bisschen einfacher, denn ja, wir haben hier offensichtlich was getan, was wir eigentlich nicht tun sollten und zwar haben wir hier offensichtlich, als wir diese Funktion Print überschrieben haben, mit diesem Override hier in der Desktop-Klasse, haben wir im Endeffekt Copy-Paste gemacht. Das habe ich auch wirklich so durchgeführt, ich habe diesen Code von hier oben genommen und habe ihn hier runter gepastet. Bäh, schämt euch. Sowas zu Copy-Pasten ist nie gut. Copy-Paste bedeutet nämlich im Endeffekt, wenn ich jetzt in meiner Parent-Klasse, also hier irgendwann mal was ändern sollte, also zum Beispiel mache ich noch irgendwelche fancy Striche rein oder sowas, zum Beispiel sowas, ja, und unten drunter mache ich sowas auch nochmal, damit ich das hier nicht mehr haben muss, dann kann ich das hier raus machen, dann haben wir verkackt, wenn wir das mit einem Override und Copy-Paste machen, ja. Diese zwei Striche hier, die sind nur vom Laptop, weil der Laptop diese Funktion hier oben verwendet, aber der Desktop macht das nicht mehr. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich meine obere Klasse, also meinen Computer verändere, dann muss ich auch meinen Desktop anfassen. Im Idealfall arbeitet ihr allerdings in einem Team und kennt nur grob, was die Dinger tun, ihr wisst aber nicht, was genau sie tun, ihr erkennt nicht mal den Code, ja, wenn ihr im Team arbeitet. Und das wird euch während der Arbeit häufig passieren. Also, was machen wir? Wir müssen irgendwas hier machen, damit wir das hier hinzufügen können und, ja, das machen wir, indem wir hier einfach sagen, okay, wir wollen das Ding nicht Copy-Pasten, sondern wir wollen es einfach nur wirklich, wirklich hier aufrufen, quasi die Funktion aus der Parent-Klasse. Und das machen wir, indem wir hier Super, das Schlüsselwort Super verwenden, Super bezieht sich immer auf die Eltern-Klasse. Das heißt in dem Fall hier, was ist die Eltern-Klasse? Naja, das steht hier hinten, Computer. Das heißt, wir sagen Super.print. Okay? Und das ruft mir die Eltern-Funktion auf, die einfach genau das ausgibt, was hier drin steht. Also, diese Print-Funktion wird komplett ausgeführt und danach kann ich noch Sachen machen, wie zum Beispiel I has lights. Okay? Und so können wir diese Eltern-Funktion auch einfach erweitern, indem wir hier sehen, okay, Speed wird ausgegeben, RAM wird ausgegeben, Graphics Card wird ausgegeben, dann kommen die Striche, das sind diese Striche hier, die vielleicht nicht ganz so perfekt an die Tagesordnung gehören, aber dann kommt immer noch I has lights true und dann kommt erst der Laptop. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach nur zur Übersichtlichkeit diese Striche hier mal raus, dann sehen wir das vielleicht eindeutiger. Wir haben hier eben, das ist der Desktop-Output und im Endeffekt ist das hier die Parent-Funktion, die wir eigentlich überschreiben wollten, aber so auch im Überschreiben aufrufen können. Das ist sehr, sehr geil. Und dann kommt halt noch von uns eine Ausgabe dazu und anschließend kommt eben die Laptop-Klasse und sagt, ja, ich brauche nichts eigenes, ich mache einfach nur genau das, was meine Eltern-Klasse sozusagen mir vorschreibt. Super cool. Das kann man auch hier mit diesen Variablen machen. Also, ich kann hier auch auf Variablen drauf zugreifen. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, mein Speed ist jetzt aus welchem Grund auch immer Superpunkt-Speed durch 2. Das kann ich hier genauso tun und dann funktioniert das im Endeffekt genauso. Wobei ich hier jetzt zum Beispiel sagen kann, ist Speed mal 2 oder so. Also, ihr versteht, was ich meine, ja. Im Endeffekt wird hier der ganze Speed verdoppelt, weil hier ist natürlich Double, nein, Spaß. Das ist nur ein Job gewesen, Achtung. Und hier wird er wieder halbiert, das heißt, wenn ich hier 2,1 an den Konstruktor übergebe, dann kommt hier beim Laptop auch 2,1 raus, während mein Desktop bekommt einfach das Doppelte mit 4,2, weil ich jetzt oben gerade mal 2 gemacht habe. Also, ich kann das auch mit Supervariablen machen, wobei ich das jetzt mal wieder rausmache, das ist Quatsch. Und, ähm, ja, damit kann ich dann im Endeffekt auf alles drauf zugreifen. Ich kann auch jederzeit auf alles drauf zugreifen. Also, ich kann auch hier mir eine Funktion schreiben, irgendeine Funktion, fun, ähm, irgendeine Funktion. Und kann hier dann tatsächlich super.print aufrufen, ja, das geht genauso. Und ich kann auch super.print, zum Beispiel ein Printline mit super.speed, kann ich auch machen. Das ist alles absolut möglich. Super bezieht sich einfach nur auf Attribute der Elternklasse, während this bezieht sich auf die eigenen Attribute. Und in diesem Fall hier wäre super.speed und this.speed genau dasselbe. Weil super.speed, naja, ist eben das, was an diese Klasse hier an Desktop vererbt wird. Und das ist dann genau dasselbe wie this.speed. Es ändert sich eigentlich zwischen this.speed und super.speed nur etwas, wenn ihr wirklich etwas überschrieben habt. Und ansonsten ist das genau dasselbe. Okay. Genau. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch heute erzählen wollte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls nicht, lasst mir Feedback da. Falls ja, lasst mir auch Feedback da. Wäre ich glücklich drüber. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.